Herzlich Willkommen zur Einführung in eine Reihe von Gnadauer Kurzfilmen zur Motivation und Schulung, die Flips. Flips sind also nicht nur was zum Knabbern, sondern das ist in unserem Fall auch ein Wortspiel aus Clip und Flipped Classroom. Ihr könnt dadurch mit der Neubelebungsinfo in euren Räumen loslegen. So kommt jeweils eine kleine Einheit in die Gemeinde, eure Vorstandsgruppe, das Leiterteam, die Zukunftswerkstatt oder Perspektiventwicklung. Die Themenpalette ist gesammelt aus den Erfahrungen, was hat Frucht gebracht und wie entwickelt sich eine Gemeinde geistlich vital. Die Vorteile dieses Formats sind vielfältig. Ihr könnt passend wählen aus der Themenpalette. Ihr pausiert jederzeit, geht im eigenen Tempo vor. Es lässt sich nachfragen und wiederholen, so oft es nötig und gewollt ist. Und zum Schluss, von jedem Flip gibt es eine kurze Zusammenfassung als Übersicht. Obwohl dadurch kein Experte zu euch kommen muss, kann es helfen, wenn mal jemand von außerhalb des eigenen Systems auf die Gemeinde schauen darf. Das ermöglicht einen aufschlussreichen Perspektivwechsel. Dafür steht euch aus dem Gnadauer Schulungsnetz ein Beraterpool zur Verfügung. Infos findet ihr auf der Gnadauer Homepage. Hier unter gnadauer.de gibt es hilfreiche Möglichkeiten bei Neues Wagen. Wenn ihr dann weiterklickt, findet ihr unterschiedliche Angebote wie das eben erwähnte Schulungsnetz und eine Toolbox, die in den kommenden Monaten an den Start geht und praktische Möglichkeiten zur Neubelebung anbietet, wie auch motivierend erfrischende Texte und Artikel. In allen Fragen dazu wendet euch gerne an die eingeblendete Mailadresse oder direkt an die Gnadauer Zentrale. Nun, viel Freude auf eurem Neubelebungsweg und ich hoffe, ihr schaut euch den ersten Flip gleich an.